Halli Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute geht es um das BLS Unboxing Problem und was ich damit meine, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, eine Folge Sammelkartencheck, ihr wisst, dieses Format wird ab und zu dazu missbraucht, auch mal ein Off-Topic-Video zu verarbeiten und auch diesmal ist das der Fall. Der reißerische Titel lautet das BLS Unboxing Problem. Das könnte man jetzt so interpretieren, als hätte ich ein Problem mit BLS Unboxing, habe ich aber nicht. BLS Unboxing hat ein Problem. Und zwar das Problem, dass es bei ihm einfach nicht vorwärts geht und zwar in mehrererlei Hinsicht. Er hat einfach eine stetig gleichbleibende oder nur langsam wachsende Zahl von Abonnenten, so wirklich im Verhältnis zu den Abonnenten, die er schon hat, eine extrem geringe Aufrufzahl. Wir sehen es auch schon hier beim Video. Er hat hier unten 1960 Abonnenten, vielleicht hat er auch schon ein paar mehr, weil das wird ja nur noch in 10er Schritten angezeigt. Aber tatsächlich, obwohl dieses Video jetzt auch schon 2-3 Tage alt ist, hat er nur 126 Aufrufe auf dieses Video. Und wenn wir jetzt mal hier auf seinen Kanal gehen und uns mal die Videos angucken, dann sehen wir, dass sich das hier durchzieht. 126, 107, 138, 101, 140, 132. Es ist immer so im 100er Bereich hier mal 2 mit über 200 Aufrufen. Das ist wirklich eine Sache, da fragt man sich, woher kommt das? Und man sieht auch, dass es immer weniger wird. Hier hatte er mal 300, 400, da war es noch besser. Da hatte er noch wirklich ein bisschen mehr Aufrufe. Es wird immer und immer schlechter, was seine Aufrufe angeht. Und auch in dem Video, das ich eben offen hatte, was eine kleine Ansprache zum Jahresende war, hat er das immer wieder betont. Warum mache ich jetzt überhaupt ein Video drüber? Da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Ich möchte nämlich zunächst mal meine persönliche Beziehung zu Bielers Unboxing so ein bisschen schildern, was ich von seinem Kanal halte. Und dann komme ich auch darauf, warum ich dieses Video eigentlich mache. Ich habe Bielers Unboxing damals relativ zufällig gefunden. Ich habe ihn, glaube ich, irgendwie nach Sammlungsvorstellungen auf YouTube geguckt und halt auch gefiltert, zuletzt hochgeladen und so. Und da bin ich halt auf eine seiner Sammelbeiner gestoßen. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchgeguckt. Und am Anfang musste ich ganz ehrlich sagen, mochte ich seine Videos nicht so wirklich. Die Kameraqualität war nicht die beste. Das war allerdings nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend dafür, dass ich ihn nicht so gerne gesehen habe damals war, er hat sich einfach sehr von Simply and Lucky inspirieren lassen, wenn er mal was gepullt hat. Also wenn er einen guten Pull hatte, dann hat er quasi gebrüllt wie der letzte Affe sozusagen. Also wie Simply and Lucky halt. Und hat halt auch immer diesen Oh Baby Move gebracht und so. Und das war alles sehr affektiert. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe hier eine deutsche Simply and Lucky Parody vor mir sitzen. Und das konnte ich mir nicht geben. Ich habe ihm das auch öfter mal in den Kommentaren gesagt. Das wurde konsequent ignoriert in den meisten Fällen. Wahrscheinlich, weil er das auch nicht gern gehört hat. Allerdings muss ich sagen, dass er sich im Laufe der Zeit einfach zu einem extrem guten, auch qualitativ guten, und ich glaube, er hat mittlerweile auch eine neue Kamera, aber zu einem qualitativ sehr, sehr guten, sehr eigenständigen, sehr, also mit einer eigenen Persönlichkeit, einem sehr tollen Yu-Gi-Tuber entwickelt hat und ich ihn wirklich so als Yu-Gi-Tuber lieben gelernt habe. Ich habe ihn abonniert. Ich gucke regelmäßig selbstständig, ob er was hochgeladen hat, denn ich werde tatsächlich trotzdem, ich die Glocke aktiviert habe, nicht von YouTube darüber informiert, dass er ein Video hochgeladen hat. Ich glaube, das geht auch sehr vielen anderen so. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum seine Videos so schlecht geklickt werden. Jetzt hat er in seinem, ähm, in seinem kleinen, äh, Ansprachen-Video, ähm, ich mache es hier mal auf, ich habe allerdings den Ton aus, ähm, ich lasse das hier nebenbei mal so ein bisschen abspielen am besten, so, ähm, hat er ja gesagt, dass es möglicherweise, okay, wir sollten Play drücken, dass es möglicherweise daran liegen kann, dass, ähm, er halt nur Openings macht, also Hauptserie-Openings, weil er ein reiner Opening-Kanal ist. Jetzt muss man mal zu dem Thema sagen, Openings sind wohl, inklusive Deck-Profiles, das ausgelutschteste Thema, das es überhaupt auf YouTube-Deutschland gibt. Openings gibt es wie Sand am Meer. Jeder kleine Kümmer-Kanal macht Openings, ja. Jeder ist es so unglaublich ausgelutscht, das ist einfach nicht mehr normal. Und dementsprechend kann natürlich, äh, ist es natürlich nachvollziehbar, dass da das Interesse sinkt. Aber, und das ist der Punkt, seine Videos heben sich durch zwei Dinge ab. Zum einen gestaltet er diese Videos durch seine Einblendungen, die er auch immer wieder hat, so wie ich sie ja auch immer mal habe, er macht das noch in einem etwas größeren Umfang, ähm, macht er diese Videos zu etwas Besonderem. Es ist ein anderes Erlebnis, es ist nebenbei noch informativ, zum Beispiel bezüglich der Frage, was kosten die Karten aktuell, was sind das für Karten, etc. Das wird alles eingeblendet, aus welchem Set kommen sie, welche Auflage, und so weiter, und so fort. Und er macht sehr oft, nicht nur, aber sehr oft alte Produkte auf. Ihr seht zum Beispiel hier im Video ein Gladiators Assault, ich glaube sogar First Edition Display. Ihr seht hier ein Strike of Neos Display, habe ich ja auch schon aufgemacht, und so weiter. Ihr seht, was hier für schöne Oldschool-Stuff teilweise liegt, ne. Also auch ein bisschen was Moderneres natürlich, klar, hier die Summoned Sorcerer und so, aber halt auch sehr viel, was einen nostalgischen Wert hat. Und er macht sehr viele hochwertige Produkte auf, die Openings sind hochwertig gestaltet, und da frage ich mich, warum ist hier das Interesse nicht da? Meine Videos werden doch auch gut geklickt. Hier das Rise of the Duelist Opening ist nicht mal Oldschool, und das OZG Opening hat über 1000 Aufrufe, das ist Wahnsinn, selbst in meinen Verhältnissen. Ich habe ja normal so 600, 700 Aufrufe. Warum dann bei sowas nicht? Woran liegt das? Liegt das daran, dass seine Videos langweilig sind? Ich glaube eher, dass er vielleicht irgendwas mit ihren Hashtags falsch macht, oder dass der YouTube-Algorithmus ihn aufgrund seiner unregelmäßigen Uploads einfach als irrelevant einstuft und ihn häufig nicht so oft vorschlägt oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären. Er hatte schon 1860 Abonnenten oder so, als ich noch keine 1000 hatte. Jetzt habe ich fast 3000 Abos und er hängt immer noch bei seinen 1960 mittlerweile rum. Das ist einfach traurig, Leute. Und ich möchte einfach mal von euch, dass ihr, wenn ihr diesen Kanal nicht kennt, ihm eine Chance gebt. Schaut mal auf seinen Kanal und guckt doch einfach mal, ob das was für euch ist. Denn wirklich die Arbeit, die er da reinsteckt, ich weiß sehr gut, was das an Arbeitszeit kostet, allein diese Einblendungen zu machen, diese ganzen Rahmen und den Scheiß. Das kostet Stunden, das kostet Tage teilweise. Ich bin ja gerade an dem Gastvideo bei Random Brain dran. Von 16 Minuten habe ich gerade 8 Minuten fertig editiert. Da ist noch eine Menge Arbeit, liegt da noch vor mir. Deswegen kommt hier auf meinem Kanal momentan nicht so viel. Das ist wirklich eine Mordsarbeit, die dahinter steckt. Und die wird halt hier überhaupt nicht honoriert. Und das ist eine Sache, die finde ich persönlich extrem traurig. Und das ist auch nicht mit ihm abgesprochen. Er weiß auch gar nicht, dass das Video kommt. Vielleicht hat er auch was dagegen, dann muss ich es wieder runternehmen. Aber ich möchte es einfach mal angesprochen haben. Das kommt tatsächlich von mir aus, weil ich ihn gerne sehe und weil ich einfach finde, dass er viel mehr Aufmerksamkeit verdient und eine wesentlich größere Chance haben sollte, einfach mal gesehen zu werden, sage ich mal. Und das möchte ich halt auch mit diesem Video vielleicht ein bisschen an euch herantragen, die ihr ihn vielleicht nicht kennt. Einige meiner Abonnenten haben ihn auch abonniert. Ich sehe es immer wieder in den Kommentaren, alte, bekannte Gesichter. Aber viele von euch werden ihn wahrscheinlich gar nicht kennen. Und er macht ja nicht nur Openings. Er macht sogar ab und zu mal ein Deckprofile. Er stellt auch seine Sammelbeine mal vor. Und er hat ein extrem gutes Format. Ich finde, ein innovatives Format, das sich innerhalb Deutschlands noch nie gesehen hat. Und zwar ist das so eine Art monatlicher Overview von allem, was er sich in diesem Monat rangeholt hat. So von den Highlights. Sieht dann so ähnlich aus wie jetzt hier gerade. Und das ist zum Beispiel was da, das finde ich cool, das sehe ich gerne. Du siehst, okay, er macht hier ein Video. Was hat er sich jetzt zum Beispiel im kompletten Dezember rangeholt? Und wenn du Videos verpasst hast oder so, das kannst du durch dieses Video quasi aufholen. Und das ist einfach eine super innovative Idee. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich sowas ähnliches mal machen möchte. Aber ich habe es dann doch bleiben lassen, weil ich halt doch regelmäßig Neuzugänge mache. Und ja, das wäre, das würde einfach auch aufgrund der Masse an Karten, die ich im Monat kriege, einfach den Rahmen sprengen. Deswegen was bleiben lassen. Aber das ist eine tolle Idee. Und er ist einfach ein unglaublich sympathischer Typ. Und ich finde, man sollte ihm einfach mal eine Chance geben. Also Leute, wenn ihr ihn noch nie gesehen habt, dann drückt jetzt mal auf den Link in der Videobeschreibung so rum und gebt dem Jungen noch mal eine Chance. Schaut drei, vier Videos von ihm. Ihr müsst ihn ja nicht abonnieren. Aber ich möchte, dass er zumindest mal von ein paar Leuten so gesehen wird, weil ich persönlich mir auch wünsche, dass er weitermacht und dass er die Motivation nicht verliert und dann halt nicht vielleicht irgendwann mit seinem Kanal aufhören. Weil ich sehe ihn wirklich gerne. Und es wäre wirklich schade, wenn er hier, ich sage mal, verschwinden würde von der Bildfläche. So, weil er sollte keine Eintagsfliege sein. Ist er auch nicht. Es gibt ihn ja schon recht lange. Und dementsprechend sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ihr kommt meiner Bitte nach. Und ich würde mich freuen, wenn ich morgen, übermorgen mal auf seinen Kanal gucke, dass dann da vielleicht schon die 2000 dran steht. Also, wir sehen uns zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, was ein bisschen dauern wird, weil ich momentan die Priorität auf das Gastvideo von Renny Brain habe. Und es wird noch eine Weile dauern. Aber wir sehen uns zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Wort steif.